Hallo und Willkommen zurück zu Atelier Escher und Logi. Heute bitte ich euch mal darum, ein bisschen leise zu sein, denn wir haben ja vor, den Drachen zu beklauen. Da bin ich mal sehr gespannt, wie das klappt. Ja, wo gehen wir hin? Ich glaube, links hoch, war irgendwie der Weg. Genau, da ist das Drachennest. Dauert zehn Tage. Ich hoffe mal, wir haben alles dabei. Neue Sachen zu sammeln. Okay, ein bisschen aufgeregt bin ich ja schon. Okay, müssen wir wieder was freispringen. Ich denke mal, die Dire Bomb wird wohl reichen. Ja, Linker freut sich, dass hier endlich mal gebraucht wird. Ich muss auch noch mal eben gucken, wir haben ja dieses Teil gebastelt. Ob das jetzt automatisch eingesetzt wird oder um diesen Drachen zu verscheuchen quasi. Jetzt ist das dann. Ist das schon mal. Ist das. Das ist nicht so gut. Oh, das ist das, Lachen. Genau. Ist das eine Zeugung von Feuerkuchen. Ich versuche schon auf die Rechte. Was sollte ich auch etwas? Oh, ein neues Dokument. Super. Direkt mal lesen. Oh, das ist ein Rezept. Searing Man. Was da wohl drinsteht, keine Ahnung. Nun, es ist nichts. Das ist das, was man so gut動ft. Ne, gut. Keine Geheimgänge oder so. Jo. Hm. Ich hoffe, wir finden keinen Stein, der 220 Schaden braucht. So wie wir das hier landen. Jo. Wir haben ein neues Dokument. Das ist ein neues Dokument zu verletzen. Manchmal gar nicht. Aber hier ist es sicher. Ich habe die Filter. Ja, die Filter. Also, die Filter. Ja, das ist die Verletz, ja? Das ist die Filter. Danke. Ich bin froh. Das war's für heute. Okay, aber ein bisschen was haben sie ausgehalten. Oh, der ist schon schwach für uns. Ich will hier schon mal nach dem Relikt schauen, da kommt ja was Neues. Okay, den kennen wir. Das ist Melty Metal, glaube ich. Den Würfel... Weiß ich jetzt gar nicht. Talisman ist irgendwie Angel Ribbon oder so ähnlich. Ich nehme mal den Würfel. Ich habe ihn wahrscheinlich auch schon. Ja, Ziegelnugget, okay. Ja, ich habe ihn schon gesagt. Das war's für heute. Jetzt ist es das letzte Mal. Ich glaube, dass die Geheimdienste ausgewählt wurde. Die Geheimdienste werden nicht gut verwendet, oder? Das ist eine sehr lustige Sache. Sein-Pei! Die Beobachtung ist fertig. Wir haben die Beobachtung durchgebracht. Okay was haben wir denn da? Drei Wege, das ist aber ein bisschen viel für mich. Kann ich mich gar nicht entscheiden. Ich nehme erst mal hier den Stein. Das Nest sollte hier irgendwo sein. Siehst du irgendwas? Nee, abgesehen von diesem riesigen Drachen da hinten eigentlich nicht. So, 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 so... Wow, das ist ein riesiger Drach. Das ist ein riesiger Drach. Ich will nicht mit so einer. Wie geht's? los ist ein wachs Eckermeister mein risiko bleibt trotzdem immerhin hat drei von uns das gesagt ob das ding jetzt funktioniert ist daher zweifelhaft Ich glaube, ich werde es versuchen. Okay, ich werde es noch ein bisschen warten. Ich habe es gesagt, dass ich wirklich weggebracht habe. Ja, das Nest ist riesig. Wie hat der Drache das nur geschafft, das alles zu bauen? Das sieht aus wie ein Schrottplatz hier. Vielleicht kommen hier die Ludolids vorbei. Ja, es muss Jahre gedauert haben, das Ganze hier aufzubauen. Vielleicht noch länger. Ja, da jetzt das Richtige rauszusuchen, was wir brauchen, aber Logi hat wahrscheinlich ein geschultes Auge. Wir gucken also mal nach Metallen. Ja, wir bringen den Kram mal nach Hause, nehmen das auseinander. Und analysieren dann die Komponenten. Dann lassen wir die Homunculi den ganzen Kram duplizieren und dann können wir den Dreadnought fertig bauen. Ja, dann lass uns mal schnell nach Hause, bevor der Drache zurückkehrt. Aber nicht ganz so schnell. Ich will noch mal gucken, ob hier noch irgendwas weiteres ist. Das sieht nicht so aus. Aber, wenn ich schon mal hier bin, dann will ich wenigstens einmal nach dem Relikt schauen. Vielleicht ist ja hier was Besonderes. Ich glaube es zwar nicht, aber versuchen müssen wir es. Die selben Sachen wie vorhin auch. Also hier bin ich mir ganz sicher, dass wir das Multimital haben. Und beim Talisman bin ich mir nur zu 90% sicher, dass wir den schon haben. Wir haben ihn noch nicht. Wir haben ihn noch nicht. Kostkompression, neues, neuer Effekt, Twilight Blast, Strength Prayer. Ähm. Oh, jetzt ist doch noch was zu sammeln. Cool. Ich glaube es wäre natürlich, was es zu sagen. Wie sehr gut. Das ist ein Schweiß. Was ist ein Stapstgin für Säge? Ich würde sehr gerne mit dem Essen zusammen machen. Oh Gott! Willkommen zu essen, was sie zu essen? Ich bin zu essen, aber... Kannst du auch so etwas ausführen? Eska wird auch gut gemacht. Ja, ich glaube, wir haben schon ein bisschen ge集ert. Willst du noch einen anderen Gebiet suchen? So, woher gehen wir? Das war's für mich. Hehehe, was wird hier raus? Alle, vielen Dank! Na gut, ich werde es kurz enden. ich weiß nicht battle change ich brauche ich guck mal was ähm monster kann man nicht die stufen sehen so 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 das ist ordentlich loot von den monstern hm Ich bin ja eigentlich neugierig mit dem Relikt, also ich muss das mal ausprobieren. Okay, okay, okay. Das hier ist der Titanenhammer, den kenne ich. Das hier ist entweder Purple, Green oder sonst was, Crystal Ball. Daran kann ich mich jetzt gar nicht erinnern. Ich weiß gar nicht, ob wir den gebaut haben, auf jeden Fall anders. Wir haben aber noch nicht gebaut, wir haben aber das Rezept. Das ist... ...kackend der Lenkin-Jutsch. Das ist so, dass man hier finden kann. Wenn man das benutzt, kann man nicht nutzen, oder? Das ist so lustig. Das ist ein Teil des動物-Karadets, oder? Ja, ich gehe dann noch mal ins andere Gebiet. Das ist ja hier so ein Mini-Drache, den wir da besiegen müssen. Das ist ja nicht der große. Das ist ja ganz gut. Das ist ja hier. Das ist der Schlau. Das war's für mich. Hä? Das ist ein guter Ort. Wir müssen erst mal die Analyse beginnen! Was ist denn? Ah, doch was Neues. Ist egal, es geht einfach. Wir haben ja trotzdem den ersten Schlag. Das ist egal, was Neues. Die Zeitung ist nicht so wichtig. Ich habe die Zeitung. Ich habe die Zeitung. Ja, ich habe die Zeitung. Ich habe die Zeitung. Ich habe die Zeitung. Was ist das? Alles klar! Alle, vielen Dank! Jetzt ist es der letzte Mal. Ich glaube, dass die Geheimdienste ausgeschlossen wurde. Was ist das denn? Was ist denn da? Wir müssen uns auf den Bildschirm hinlegen. Das ist ein Zehn-Zeit-Bücher? Ich habe eine Kiste gefunden. Na gut, was ist denn da? Oh, oh. Hätte ich nicht anfassen dürfen. Aare? Doch. Ein Stückchen Lithographie. Das ist auch ein Zeichwort, Rosie-san. Ja, gut. Ich glaube, dass ich noch neue Dinge verstehe, aber ich glaube, dass ich noch mal wieder... Demnächst noch ein neues Gebiet gibt, wo noch eine drin ist. Viel Zeit ist ja nicht mehr. Wir sind ja schon im letzten Jahr. Wir haben ja noch mal ein Relikt. Nämlich auch die Statue. Okay, die haben wir jetzt schon gehabt. Das ist ein unglaublicher Erkenntnis. Man kann sich verschiedene Gelegenheiten denken. Das ist ein Teil der動物-Karäde, oder? Ich war auch schon sehr viel Arbeit. Es ist schon gar nichts, oder? In diesem Zeitpunkt muss man ruhig sein. Na gut, woher gehen wir? Und da gibt es halt... ...Klauen und Fälle. Diamond Jamstone klingt auch interessant. Da gibt es wieder dieselben Sachen. Gehe ich nochmal in das Gebiet. Und ich will ja auch noch einen dicken Kampf hier machen. Dafür muss ich aber noch ein paar Punkte sein. Okay, das ist mein sehr guter Tau. Ich werde dir schnell die姿. Komm, jetzt, jetzt. So, dann würde ich sagen, machen wir mal einen dicken Kampf hier. Ich sammle erst nochmal die Sachen. Wenn wir verlieren, habe ich vielleicht keine Chance mehr. Das ist ein Teil der Tiere. Ich habe auch schon sehr viel Arbeit gemacht. Ich werde die Sachen benutzen. Ich werde es nicht nutzen, oder? Was ist das?